Als nächstes am Wort ist Christian Höbert von der FPÖ. Danke Herr Präsident, hohes Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich nehme Bezug jetzt zur Petition vom April 2015 Stoppt den Asylchaos in Österreich. Insofern etwas ironisch, wenn wir im April schon gewusst hätten, was sich für ein Chaos über unsere Republik, zum dem Asylunwesen hier ausbreitet, hätte ich die Petition mit den Bürgern, sie würde doch von tausenden Bürgern unterfertigt, nicht Stoppt im Asylchaos in Dreskirchen genannt, sondern ich hätte die Petition Stoppt den Asylchaos in unserer Republik Österreich benannt. Sehr geehrte Damen und Herren, um welche Menschen handelt es sich hierbei? Und was war der Grund, warum Tausende diese Petition unterschrieben haben? Es geht um das Asylerstaufnahmezentrum Dreskirchen. Dreskirchen, ich wohne in der Nachbarortschaft Gundramsdorf. Ich muss Ihnen sagen, beschämend, was sich in Dreskirchen abgespielt hat. Hunderte, wenn nicht gar Tausende Menschen auf den Straßen, wir wissen, die Fakten geben uns ja hier auch recht, 80 Prozent junge Männer sind hier größtenteils illegal eingereist. Wir wissen, dass es sich zumeist um völlig bildungsferne und auch kulturfremde Menschen handelt. Und das hat auch massive Probleme auf den Straßen herbeigeführt. Da möchte ich gleich die Kronenseitung zitieren, die davon gesprochen hat, als es nämlich Kompetenzchecks vom Arbeitsmarktservice gegeben hat, da wurden rund 200 Afghanen begutachtet. Da hat man festgestellt, dass Heiße 3 halbwegs adäquate Bildung haben. Und der Rest, und ich zitiere jetzt die Kronenseitung, also bitte nicht schon jetzt mit Empörung reagieren, es sich um Teppichhändler, Teehändler, also Teppichknüpfer, Teehändler und Hirten handelt. Und diese Menschen sind zu Abertausenden eingewandert. Wir haben fast 100.000 Asylanträge in unserer Republik entgegengenommen. Von knapp 40.000 erstinstanzlichen Entscheidungen nur 13.000 positive. Das heißt, zusammengefasst, die Asylindustrie treibt ja wirklich schon skurrile Blüten. Die Asylpolitik der Bundesregierung ist gescheitert. Und wir freiheitlich empfehlen, der Bundesregierung endlich Einhalt zu gebieten und nicht mit irgendwelchen absurden Obergrenzen, die dann offensichtlich nur für Spielfeld gelten und für andere Grenzübergänge nicht. Also bitte, diesem Schauspiel ist endlich ein Ende zu setzen. Dieses Asylunwesen ist ja wirklich eine einzige Katastrophe. Vielleicht noch kurze Zitate, die unsere Positionen auch entsprechend untermauern. Sie werden vermutlich in den letzten Tagen auch den Finanzminister Hans-Jörg Schelling in den Medien wahrgenommen haben, der gemeint hätte, nur rund 10 Prozent der ihr ankommenden sogenannten Flüchtlinge, wir sagen vielmehr illegale Einwanderer, haben entsprechende Ausbildung und finden dann auch am Arbeitsmarkt Einsatz. 10 Prozent, Hans-Jörg Schelling, ÖVP, ein Sebastian Kurz. Aber darüber hinaus kommen natürlich auch viele Wirtschaftsflüchtlinge. Und hier muss man klar sagen, dass diese Menschen keine Chance haben, in Europa bleiben zu dürfen. Sebastian Kurz, Landeshauptmann Niesl, möchte ich jetzt gar nicht hier viel ins Rennen führen. Sie kennen die durchaus vernünftigen FPÖ-nahen Positionen des Herrn Landeshauptmann, auch wenn das viele Genossen hier in dieser Runde nicht hören wollen. Sie wissen ganz genau, was Sache ist. Wir müssen diese Industrie, die Asylindustrie stoppen und mit diesem Asylunwesen aufhören. Und auch die Bürger in Österreich werden weitere Petitionen einbringen, um wie gesagt, dieses Asylunwesen endlich einzudämmen. Der Petition stoppt im Asylchaos in Dreskirchen, hätte mehr Beachtung geschenkt werden sollen, so Christian Höbert von der FPÖ. Vielen Dank.